...neue CD am Start seit letzter Woche Freitag und es gibt auch eine DVD-Priest, könnt ihr hier vorne beim Täter am Stand kaufen. Brand aktuell 14 neue Songs auf der DVD, sind auch viele alte Titel mit drauf, alles versehen mit vollen Videos, alles läuft, Interviews, alles ist auf dieser DVD zu haben und zu sehen. Holt sie euch, wer gefährlich sind, ihr müsst musizieren, bleibt uns hier vorne aufbauen und alles signieren, was ihr gekauft habt. Schaut mal da rein, wie wir es heute ankommen. Jetzt kommt erstmal ein Titel von der neuen Scheibe und der heißt, die Party geht weiter. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020